Deine Netflix Lieblingsserie, 39 neue Posts auf Facebook, 8 Nachrichten auf Instagram und 1731.000 ungelesene E-Mails, 365 geöffnete Browser-Tabs, 26 später ansehen YouTube-Videos. Puh, kommt dir das bekannt vor? Und jetzt bist du hier in diesem Video. Und das möchte ich mal wertschätzen, denn das zeigt, dass du wirkliches Interesse hast, nicht an der Oberfläche zu leben, sondern so aus der Tiefe heraus mit Leichtigkeit dein Leben gestalten zu wollen. Da ich Menschen wie dich so sehr wertschätze, habe ich dieses Video für dich aufgenommen, denn du gehst jetzt deinen eigenen Weg schon ganz, ganz lang und hast ganz, ganz viel erlebt, gelernt und wendest das bereits an. Was wäre, wenn du bei all dem, was du in deiner Arbeit tust und wenn du Menschen begegnest, dich immer sicher und im vollen Vertrauen fühlst? Wenn du ein Höchstmaß an Flexibilität besitzt und intuitiv immer genau weißt, was dein Gegenüber braucht und du das dann auch liefern kannst. Ich bin Benjamin Coach, Trainer und Ausbilder für aktive Persönlichkeitsentfaltung und Gründer der Benjamin Coach Academy. Ich bin Reiki-Meister, NLP-Master-Coach, habe eine Trainerlizenz erworben und wende unter anderem Hypnose und Wingwave an. Das ist sowas wie EMDR. Viel wichtiger als all diese ganzen Methoden ist aber für mich, dass ich den Mensch vor mir sehe, ganzheitlich betrachte und immer ganz genau schaue, intuitiv, was brauchen wir eigentlich. Wenn du da mehr über mich wissen willst, erfährst du das auch nochmal in dem PDF, was wir dir gerne zuschicken. Nach 43 Jahren in Deutschland bin ich 2022 dem Ruf gefolgt, mein Leben noch kreativer zu gestalten. Ich habe Deutschland verlassen und reise seitdem kontinuierlich an Orte, die mich tief inspirieren und da, wo ich fühle, dass ich meine Mission erfüllen kann. Mit dem Gepäck ist da auch immer so meine Passion fürs Wellenreiten zum Meer und die Liebe zur Vielfalt des Lebens. Aber hier soll es ja darum gehen, was macht die Meisterklasse 1 aus und ist das was für dich? Also lass mich dir erklären, was darin steckt. Diese sechsmonatige integrale Coaching-Ausbildung kombiniert herzzentrierte Methoden, angewandte Spiritualität und Energiearbeit und alles das, was du brauchst, um ein richtig, richtig guter Menschenbegleiter zu werden oder deine Skills auf das nächste Level zu bringen. Ein ganz zentrales Element in der Ausbildung sind die Tandem-Gruppen, in denen sich zwei Teilnehmer gegenseitig coachen. Das ermöglicht dir, persönliche Themen zu lösen, deine Präsenz und Selbstsicherheit zu trainieren und deine Fähigkeiten praktisch anzuwenden. Darüber hinaus erhältst du zudem 24 Stunden 7 Support via Video Ask und Zugang zu einem exklusiven Mitgliederbereich, wo du begleitende Aufgaben bekommst und deine Ressourcen findest. Eine Teilnehmerin hat uns letztens geschrieben, in vier Tagen NLP bei dir habe ich mehr verstanden als in einem halben Jahr Ausbildung zum NLP Mastercoach. Warum ist das so? Wir setzen auf aktive Persönlichkeitsentwicklung durch praktische Anwendungen und Rollenspiele anstatt auf trockenes Auswendiglernen. Unsere Ausbildungen sind so konzipiert und so einzigartig, weil wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern weil du direkt in die Anwendung des Wissen kommst. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie macht denn ihr das so? Also zum Beispiel, anstatt auswendig zu lernen, dass du im Verkauf erst Rapport bildest, dann eine starke Behauptung aufstellst, Produktstärken und Nutzen erklärst, machst du direkt ein Verkaufsgespräch. Dadurch lernst du, das durch deine eigene Art und Weise anzureichern und rüberzubringen und damit direkt zu verankern, Feedback zu geben, Feedback zu bekommen und daraus zu lernen. Anstatt zu verstehen, wie das Gesetz der Resonanz funktioniert, machen wir es in aktiven Übungen direkt erfahrbar, sodass du durch diese Selbsterfahrung Wissen entstehen lässt in dir und daraus deine Weisheit. Sofort oder später passiert. Mein Ergebnis dafür ist, dass die Meisterklasse 1 ein Ort des absoluten Vertrauens ist. Deshalb wird es in dieser neuen Runde wieder auch nur eine kleine Gruppe geben von maximal 10 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das, was andere Seminare und Ausbildungen mit 20, 30 oder 200 Teilnehmern nicht schaffen, das schaffen wir. Nämlich du hast dir einen Übungsraum, in dem du nicht untergehst und gleichzeitig liebevoll gefordert wirst. Du lernst nicht durch voraufgezeichnete Videos, sondern durch direkten Kontakt mit den Trainern und in sieben Lernmodulen, die wir dir live vermitteln, in online und ganz intensiven Präsenzterminen. Ich denke, dass wenn wir uns von unserem Hören selbst leiten lassen, aus der Kraft des Herzens agieren, dass wir dann immer die richtigen Entscheidungen treffen. Und das erfolgt natürlich Langsamkeit. Aber dadurch kommen wir schneller nach vorne, schneller in unser Ziel. Weil so können wir unser unendliches Potenzial mit Leichtigkeit entwickeln und vor allem auch weitergeben. Ich wurde vorhin in so einem Erstgespräch gefragt für die Meisterklasse, für wen ist die Meisterklasse eigentlich? Also, das möchte ich auch hier mit dir teilen, das Programm richtet sich an ausgebildete und angehende Coaches oder Therapeuten oder die, die ihre Fähigkeiten einfach erweitern wollen. Aber auch an Menschen, die das Leben einfach aktiv gestalten möchten und bereit sind, ihre Komfortzone immer wieder zu verlassen. Das heißt, wenn du tief in dir spürst, dass es mehr im Leben gibt, dass du das volle Potenzial deines Herzens entfalten möchtest, dann bist du genau richtig hier. Wenn du gar kein Coach werden willst, so wie ich vor zehn Jahren damals, dann kannst du es auch für dich nutzen, um die Beziehung zu dir zu verbessern, zu anderen, dich von Altem zu lösen und eine Vision für dich zu erschaffen, die du richtig, richtig geil findest. Ich möchte, dass du am Ende zu mir kommst und sagst, wenn ich habe mich wieder voll in meine Visionen verliebt, ich bin so dankbar für dieses wundervolle Leben und das, was ich hier erschaffen kann. Also, so in etwa. Vielleicht kannst du ein bisschen fühlen, was ich damit meine. Füll jetzt einfach diesen Fragebogen aus, den du hier findest, um dich für ein Einzelgespräch mit mir zu qualifizieren und die Chance zu haben, bei der Meisterklasse dabei zu sein. Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen und möchte zuletzt sagen, dass deine Zeit jetzt ist und dass du wirklich auch gebraucht wirst in der Welt. Ich freue mich auf dich, dein Benjamin.